So, pscht, ich will euch mal schnell was zeigen, was ihr schon immer mal wissen wolltet, wie das Klo bei Rosamunde Pilcher aussieht. Passt mal auf. So ist die Tür und jetzt kommt das Klo von Rosamunde Pilcher. Achtung. So, nebenan ist noch der Kram, der steht schon. So sieht das aus im Herrenhaus.